Dankeschön. Vielleicht vorweg eine Frage. Interessiert ihr euch eher für die politische Seite des Themas oder für die technische Seite? Politik? Hand hoch bitte. Ja, so ein bisschen. Okay. Für die technische Seite? Perfekt. Dann weiß ich, worüber ich reden kann. Genau. Erstmal herzlich willkommen. Ich wollte heute einmal über OpenDesk sprechen. Da geht es um Open Source am Verwaltungsarbeitsplatz. Und jeder kennt das bestimmt. Man marsch mal in der Behörde, dann wird irgendwas ausgedruckt, dann wird das irgendwo hingeschickt, dann wird das wieder digitalisiert. Und man kennt diesen wunderschönen Medienbruch, den es darin gibt. Tatsächlich beschäftigt sich verschiedene Organisationen damit, diesen Medienbruch besser zu machen oder wegzubekommen. Und ein Baustein davon ist eben OpenDesk. Und den möchte ich euch vorstellen. Und warum habe ich mich damit beschäftigt? Da komme ich mal ganz kurz zu mir. Ich mache jetzt nächstes Jahr Linux seit 20 Jahren. War zwischendurch dann über Container, Kubernetes, inzwischen Cloud-Themen. Meine Rollen haben sich auch einmal so durch die Bank entwickelt. Von Sysatman über DevOps und Plattformen engineert zum Architekten. Ich habe eine Firma gegründet. Wir machen so ein bisschen DevOps as a Service, hands-on. Und wenn ihr mich auf Social Media finden wollt, habt ihr da auch zwei Links. So, was ist OpenDesk? Die Intention hinter OpenDesk ist erstmal, dass wir einen Open Source digitalen Arbeitsplatz haben. Das heißt, da sollen Sachen drin sein wie Portal, Textverarbeitung, Präsentation, Tabellenkalkulation und, und, und. Und ihr kennt das wahrscheinlich, diese Sachen kann man sich auch proprietär von einem Anbieter eurer Wahl, der in der Regel nicht aus Deutschland kommt, kaufen. Und das ist tatsächlich so eine kleine Herausforderung, dass immer mehr auch in die Cloud gezogen wird. Das heißt, Varianten, die On-Premise laufen oder funktionieren, werden immer weniger. Und um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, hat man sich überlegt, hier, wir wollen einfach mal typische Open Source Komponenten zusammenbringen, miteinander integrieren und quasi so als fertiges Paket ausliefern. Und dass man diese Integrationsarbeit nicht immer wieder von vorne machen soll. Weil ihr wisst es auch, eine Verwaltung hat auch nicht unendlich IT und kann das jedes Mal auch neu machen. Und es soll ja auch miteinander funktionieren. Das heißt, wenn ich, ich nehme jetzt dein Bausteinprinzip, wenn ich das eine, den einen Nubbel nehme, dann brauche ich auch das Loch auf der anderen Seite. Und genau so möchte man halt hier auch anfangen, miteinander kompatible Produkte oder Lösungen zu entwickeln. Dabei geht es aber auch darum, das Ganze soll modular sein, es soll austauschbar sein. Man möchte sich nicht auf einen Vendor einsperren. Man möchte neue Innovationen mitnehmen können. Und das Ganze geht ein wenig aus einem Thema. Und jetzt wird es kurz der politische Teil. Es gibt eine digitale Verwaltungs-Cloud-Strategie. Nennt sich DVS. Die Idee dahinter ist, eigentlich recht spannend. Man möchte basierend auf Kubernetes. Ich weiß erst mal, was? Was? Kubernetes? Krass. Man möchte basierend auf Kubernetes und Containern und APIs letztendlich digitale Prozesse abbilden aus der Verwaltung. Ich so, wow, okay, neue Überraschung. Und das Ganze wird in Deutschland getrieben vom Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Wunderschöner Name, BMI. Und hat natürlich als Zielgruppe die öffentliche Verwaltung. Warum gibt es OpenDesk? Ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen. Aber jetzt gehe ich einmal kurz auf die Geschichte ein. Die EU hat tatsächlich ein Software-Strategie-Paket für Open Source, für den Zeitraum 2020 bis 2023 definiert. Keine Sorge, wer danach mit 100 Seiten zugeschlagen wird. Am Ende der Präsentation gibt es Links zu den ganzen Papern. Und die Intention dahinter ist, dass zum Beispiel die EU oder die EU-Kommission ein Open Source Program Office aufmachen möchte. Es möchte sich unabhängiger machen von proprietären Anbietern. Und wie gesagt, ich bin weiterhin überrascht. Der Weg, den man sich überlegt hat, ist Open Source. Und nicht, wir wollen eigene Closed-Source-Produkte entwickeln. In Deutschland hat das dann der IT-Planungsrat aufgegriffen und entwickelt da weiter Ideen und Konzepte. Und die meisten Themen und Konzepte kommen vom IT-Planungsrat. Und jetzt ist auch, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht genau wann, aber ein Zentrum für Digitalisierung und Souveränität gegründet worden, kurz Zendes. Die Namen sind immer grandios. Und die haben zwei Plattformen oder zwei Sachen. Das sind aus meiner Sicht im Moment deren beiden Steckenpferde. Das eine ist Open Code. Open Code ist eine GitLab-basierte Plattform, auf der öffentliche Verwaltung, oder, Entschuldigung, auf der Code, der entwickelt wurde aus Public Money, eben halt auch Public als Code abgelegt werden kann. Die Plattform ist für jeden offen einsehbar. Den Link findet ihr auch da wieder am Ende. Und das Zweite, was eben entwickelt wird, ist OpenDesk. Das ist sozusagen der zweite Baustein. Für wen ist OpenDesk? Und dann komme ich einmal kurz zurück auf den originalen Namen. Der ist nämlich herrlich. Möchte einer versuchen, was könnte das heißen? Ja, ist der souveräne Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung. Kurz SUF-APÖV. Ich fand nicht, aber tatsächlich mal ein sprechender Name. Also wenn ich euch sage, es ist ein souveräner Arbeitsplatz für die, dann weiß man nicht genau, dass es digital ist und dass es Open Source ist, aber, naja, souveräner Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung. Und das beschreibt auch die hauptwächliche Zielgruppe. Man möchte der öffentlichen Verwaltung auf kommunaler, auf Landes, aber auch auf Bundesebene eine Plattform bieten. Die ist aber nicht darauf begrenzt, weil OpenDesk ist tatsächlich ein bunter Misch aus Open Source Software. Und der ganze Glue-Code, die ganze Integrationsebene, die ist Apache 2 lizenziert. Das heißt also, auch für jeden weiterverwendbar, theoretisch auch aus dem kommerziellen Teil oder aus dem Hobbybereich, jeder, der möchte, kann. Ich bin kein Rechtsanwalt, also bitte Lizenzthemen auch mal selber prüfen. Genau. So, und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Wie funktioniert es? Jetzt habe ich euch die Geschichte erzählt, wie sind wir hier hingekommen, woraus besteht es eigentlich? Es besteht aus einer ganzen Reihe von Komponenten. Der Univention Corporate Server, der das Portal und das Single Sign-On und die Rechteverwaltung macht. Nextcloud als Dateiablage. Open Exchange für Mail, Kalender, Groupware, man kennt's. Element ist ein Matrix-basierter Client. Das heißt tatsächlich ist auch ein Matrix-Chat-System, ein Matrix-basiertes Chat-System mit dabei. Nordec ist ein Tool für digitales Whiteboard. Kollaborer Online ist, ich sag mal, die Online-Variante von OpenOffice oder LibreOffice. Er schlag mich da nicht genau für, aber das wirkt so ein bisschen wie kollaboratives Dokumenten editieren. Jitsi kennt man vielleicht auch, Videoconferencing. Xwiki als Knowledge-Base und OpenProject zum Projektmanagement. Und das sind erstmal die Komponenten, die man genommen hat. Die hat man auf eine Kubernetes-Plattform gestellt. Viele der Open-Source-Projekte bringt da auch schon was mit, aber man hat sich die Arbeit eben gemacht, das nochmal genauer sich anzuschauen. Es werden Helm-Charts ausgeliefert, die das Ganze sozusagen deployen. Und statt für einen Helm-of-Helm-Charts, falls ihr euch das was sagt, hat man sich für einen Helm-Pfeil, das ist eine Abstraktion von Helm-Charts, entschieden. Ich kannte das vorher tatsächlich auch nicht. Ich bin auch erstmal hingegangen, ja, Helm-Pfeil, wollte das einfach mit einem normalen Helm deployen und sagt mir, mein Helm, wovon redest du? Ich weiß nicht, was du willst. Genau. Was ist also bei OpenDesk noch so mit dabei? Integration, Glue-Code, all diese Sachen werden quasi auf einen Schwung deployed. Man kann auch einzelne Komponenten rauslassen. Ich weiß zwar noch nicht so genau, was passiert, wenn man zum Beispiel den Univention Corporate-Server weglässt. Dann wird nämlich relativ viel von der Integration wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und Single Sign-On ist dabei. Genau, und man versucht auch so ein gewisses einheitliches Look-and-Feel zu erschaffen. Wo geht's weiter? Also, wie geht's weiter? Wie gesagt, es ist Open Source, der Code liegt da. Ich habe Kontakt zu den Maintainern des Codes. Ich weiß, dass die regelmäßig dran sind. Das heißt, auch ihr dürft gerne mitwirken. Ende 2023, so ist zumindest der offizielle Plan, soll es sozusagen eine erste betriebstaugliche Funktion geben. Ihr kennt alle Punkt Null-Versionen. Ich bin gespannt, wie es wird, weil es gibt natürlich noch gewisse Herausforderungen. Und das ganze Thema ist alles so ein wenig auch politisch miteinander vernetzt. Diese digitale Verwaltungs-Cloud-Strategie sagt nämlich auch, Software, die darauf konzipiert ist, soll auch IT-Grundschutz-konform sein. Und IT-Grundschutz, ich weiß nicht, ob jemand sich diesen 800-Seiten-Schlager schon mal an den Kopf geworfen hat, gibt es tatsächlich auch wieder Kapitel zu Kubernetes und Containerisierung. Das heißt also auch da interessante, sehr praxisorientierte, ich war überrascht, praxisorientierte Hinweise, wie sollte denn ein guter Container aussehen. Und glaubt mir, im Moment ist da ein Container dabei. Welcher ist der letzte Prozess, den ihr erwarten würdet, wenn ich sage, ich starte einen Container? So der letzte. Also, irgendjemand eine Idee? Es ist Init oder SystemD. Das ist also auch ein quasi komplette virtuelle Maschine quasi in den Container aktuell noch gehoben worden. Aber das sind so Sachen, an denen man arbeitet. Kleinere Image, bessere Images, die natürlich auch mehr Sicherheit dann bieten und auch besser noch auf Kubernetes abgestimmt sind. In diesem Sinne, es gibt eine Folie mit ganz vielen Links für weitere Informationen. Eine Anmerkung noch, OpenDesk ist eine eingetragene Marke, Wortmarke des Senders. Und wenn ihr die Geschichte lesen wollt, dann erst die EU-Kommission und dann die Links vom IT-Planungsrat. Manchmal sind da auch Sachen vom CIO Bund bei, weil ich versucht habe, für euch die neueste Version der Dokumente zusammenzustellen. Und damit vielen Dank.